Hallo Freunde Herzlich Willkommen zurück hier bei ist Hessen Street zwei Leute stehen auf unserer Liste und die sind ganz weit hier unten nur sagen da können wir direkt mal den Aussichtspunkt mitnehmen weil das da unten auch aufgedeckt haben so jetzt mal wieder auf die Dächer bin doch kein Affe so und hopp und hier lang so kommt kommt seid nicht schüchter ja ich bin schon da so so jetzt teilen das ist jetzt besser aber ich sage Vorsorge ist die beste Reihe hoppala da war ein Assassinen-Grab was haben wir schon einmal schon alter ist Rüstung so bitte wasch und färbt eure Wäsche nicht in die so hier lang schub so so hoppala schub schub das geht nicht da hinten ja da hinten kommen wir raus schwimm itzio los schwimmen 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 so und der Adler auch schon da da müssen wir stehen ich bin jetzt nicht unter sondern wir gehen hier runter so okay es hat gepasst und zack bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch den Propheten Savonarola anschließt wird diese Brücke verschlossen bleiben sie sollten wir in der Dien okay ich höre euer Stöhnen und Klagen ihr sagt ihr habt Dinge zu tun Orte aufzusuchen Pflichten zu erfüllen ja mann so eine Pflicht Unterwerfung warum auflehnen warum kämpfen die Stadt ist unser eure geliebten Medici haben euch verlassen und tschüss und tschüss eine Stadt frei von Laster und Versuchung ein Volk geeint im Glauben alle Menschen sind gleich in den Augen des Herrn und so sollen sie es auch in Florenz sein das ist die Gelegenheit ein neues Blatt aufzuschlagen unsere traurige Vergangenheit hinter uns zu lassen und zu einfacheren Zeiten zurückzukehren ich will nur helfen euch in eine neue Zukunft führen akzeptiert unser Geschenk hört auf abzulehnen sonst habt ihr größere Probleme als eine geschlossene Brücke Leute Ja Mach ja bi dock ganz ab ok wir haben Crise wird alles herzlich Schau mal, das ist doch hier ganz vom Anfang, wobei unsere erste Schlacht geschlagen haben. Wir sind zurück, kam am Anfang, jetzt. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon vorher gemerkt, aber... Da steht die, okay. Oh, 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 oh. Zack. Wir werden hier gerade mit Pfeilen gespickt. Ohoho Nein Wann schon Aua So Ohoho Und jetzt habt ihr stattdessen nichts Das hier musste einfach getan werden Requiescat in pace So einer fehlt noch aber erstmal müssen wir wieder anonymen werden hier Ohoho Ohoho Oh man Wo kommt ihr denn hier Haha Und die Leiche haut auch grad ab Sehr schön Tschüss Weg isse Na komm Na also geht doch So Einer haben wir noch Einen haben wir noch Auf unserer Liste Ich würde aber sagen wir wären mal eben hier einen Schluck Obwohl wir könnten ja auch Einen Arzt aufsuchen Ist hier einer? Natürlich nicht Wir haben noch einen Aussichtspunkt So 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 Tschüss Was zum Teufel macht ihr hier oben? Runter Sofort Tschüss Tschüss So Ich schätze mal Das ist irgendwo da wo es brennt Also Schauen wir mal Da ist er Das gemeine und materielle ab Sucht euer Heil in den Flammen Schon wieder Haben die nicht auch schon im ersten Teil ganz viele Bücher verbrannt? So Die machen uns mal keine Probleme Sprungbrett 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 Erstmal draufkommen Warte mal So Sprungbrett Nein Nein Ja Ja Sprungbrett 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 Ja Geht nicht Ja Geht nicht Hm Hm Oha Okay Dann können wir es mit dem Sprungbrett nochmal versuchen Ja Ja Klar Aber Leute aber auf jeden Fall habe ich mir volle Gesundheit Tschüss Tschüss So So Ach so geht's Ach so geht's Haha Haha Okay Okay Hast du's Was hast du's Wollt Ach so Was ist das Es schien recht schatten zu sein Eine Form des Gebets Und wenn andere meine Kreation anschauten und etwas von Gott damit erkannten. Nun, würde es sie ihm nicht auch näher bringen. Also hielt ich mich für einen Altruisten. Ein Sprachrohr, einen Prediger, Führer derer, die den Glauben verloren. Ja, aber in Wahrheit wurde ich getäuscht. Der Teufel ist abgefrengt und seine... Eshorus, pack die Hände! Du entkommst nicht. Ja, das war der Falsche. Schauen wir mal, wann wir ihn diesmal kriegen. Meine Güte! Den Falschen getroffen, schade. Noch ein Versuch. Da weiß ich jetzt, wie das Sprungbrett funktioniert. Tschüss. Tschüss. So. Opa. Der da unten ist es. Und tschüss. So. Was? Eine leichte Entscheidung für mich. Requiesca den Patsche. Mal wieder anonym werden hier. Ja. Das könnte unser Mann sein. Keine Sauber! Nicht von dem Wasser! Start die Attentive! Die beiden Händler, die Karros des Geschäftes, die das Vito aufgestellt hat. Möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession. Hörst du mit der Hose, Assassine? Pah, du hältst keine Minute durch. So. Geht die Straße frei! Schwupp! Weg sind wir! So. So und jetzt? Mal direkt in dem Aussichtspunkt. Den nehmen auch noch mit. Da oben ist er. Habt man schon gesehen. Zack. So. Ohpala. Da ist. Oh Freunde. Aber der Part ist zu Ende. hier. Und deswegen sage ich einfach mal bis denn und ciao. Oh. 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 Oh.